Am 10. Februar um 16 Uhr startet die große Valentins-Coupon-Kampagne von PIKO. Was es damit auf sich hat, was ihr sparen könnt, welche Coupons ihr bekommt und die Besonderheiten bei dieser Aktion erkläre ich euch natürlich jetzt in diesem Video. Am 10. Februar um 16 Uhr startet die große Valentins-Coupon-Kampagne von PIKO. Ja, das Fest der Liebe, das Fest des Sparens für euch. Vier Coupons stehen dann für euch zur Auswahl. Die könnt ihr alle vier mitnehmen, also ihr müsst euch nicht entscheiden. Schlagt einfach zu, drauf drücken. Wo findet ihr die? Natürlich dann im Shop, wenn der aktualisiert wird. Also sie sind jetzt noch nicht verfügbar, aber sie kommen natürlich. Das Ganze geht dann in der App und natürlich auch im Headset. Ihr bekommt einen 50% Coupon, einen 30% Coupon, einen Coupon, wo ihr 9,90 Euro spart, wenn ihr mindestens für 18,90 Euro einkauft und ein Coupon, wo ihr 12,90 Euro spart, wenn ihr Minimum für 28,90 Euro einkauft. Sobald der Shop aktualisiert worden ist und die Coupons verfügbar sind, nehmt ihr natürlich an erster Stelle erstmal alle vier Coupons mit. Keine Frage. Also sie sind für jeden verfügbar, da gibt es kein Auswahlverfahren. Jeder darf sich die Coupons kreien. Also wie gesagt, erstmal alle vier mitnehmen und dann sucht ihr euch natürlich eure Lieblings-App aus. Ich mache mal als Beispiel jetzt Walking Dead Saints & Sinners Teil 2. Kostet regulär 39,99 Euro. Ihr geht in eure App oder ins Headset in den Shop, drückt auf den Preis, kommt in den Checkout und dann steht dort, seht ihr hier auch, dass Coupons zur Verfügung stehen. Dort wählt ihr dann euren gewünschten Coupon aus. In diesem Fall nehmen wir jetzt mal die 50% und dann sollte das Spiel nur noch die Hälfte kosten. Dann bezahlt ihr das und zack, habt ihr die Hälfte gespart. Sehr, sehr cool. Es gibt aber eine kleine Besonderheit bei der ganzen Geschichte. Euch gefällt Saints & Sinners anschließend nicht und ihr möchtet es refunden. Das könnt ihr machen, bekommt natürlich dann nur den ermäßigten Preis zurück. Keine Frage, natürlich nicht 40 Euro. Aber der Coupon wird wieder gültig. Also der verfällt nicht. Ihr dürft also wirklich refunden, nachdem ihr den Coupon benutzt habt. Und ja, dann dürft ihr den Coupon nochmal benutzen. Richtig geile Aktion, muss ich sagen. Finde ich schon mal mega. Ja, die anderen drei Coupons funktionieren natürlich genauso. Also sucht aus, was ihr gerne möchtet, wo sich die 50% am meisten lohnt, wo sich die 30% anschließend noch lohnt. Und dann habt ihr noch die zwei anderen Coupons, wo ihr einmal 9,90 Euro sparen könnt oder 12,90 Euro. Das Ganze könnt ihr natürlich nicht kombinieren. Also das geht nicht. Ihr könnt jetzt nicht sagen, nehmt jetzt 50%, hau da nochmal 30% drauf. Hey, das Ding hat 40 Euro gekostet, möchte nochmal 12,90 Euro sparen. So funktioniert es natürlich nicht. Es müssen vier Einkäufe sein für die vier Coupons. Wie gesagt, 15 Tage gültig, sobald ihr die Dinger eingesammelt habt. Ich wünsche euch jetzt sehr viel Spaß beim Sparen. Ich werde das selber auch nutzen. Wie gesagt, Start ist der 10. Februar um 16 Uhr und die Aktion läuft dann bis zum 19. Februar. Aber denkt dran, die Coupons sind 15 Tage gültig. Also bis zum 19. Februar habt ihr die Chance, die Coupons euch zu holen. Ja, ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen helfen mit dem Video. Schreibt gerne mal in die Kommentare, was ihr damit macht mit den Coupons, wie ihr diese Aktion findet von Pico. Und jetzt würde ich sagen, schaut schon mal im Shop. Es geht ja schon bald los mit den Coupons. Bis zum nächsten Mal.